Aber hey, Nvidia-Aktion Destiny 2, naja, ist mein... ist so eins. Das stimmt. Ich probiere das nochmal. Also ich hab die Beta gespielt und ich fand's ganz okay, aber... Ähm... Ja. Ist halt nicht so meins. Haben wir einen Heiler? Nein. Haben die einen Heiler? Auch nein. Naja, die haben halt die Schilde von der Sonja, ne? Ah, wir haben aber auch keinen Spezialisten, der gegen ne... ne Dings anpushen kann, ne? Ne Zagara. Hm-hm. Ich hab das trotzdem hier einfach mitgenommen. Die haben irgendwie mehr Spezialisten als wir, oder? Die haben halt zwei. Ja, siehste, ist einer mehr als wir. Das... ja, da kann ich nicht gegen argumentieren. Ich unterstützt euch mal nicht, ich saug lieber ein bisschen, ne? Alter. Ja, das war so knapp, die Zagara wäre fast noch gestorben. Ja, die kriegen natürlich alle in der letzten Sekunde noch ein Schild. Boah. Ich die hasse. Ja. Viel Samuro geht top. Äh, Falstad hat, äh, Spiel verlassen, ne? Ja, nice. Vielleicht kommt er gleich wieder. Er hatte. Er ist, glaube ich, wieder beigetreten. Echt? Stand da wieder beigetreten? Ich hab nur gesehen, dass er verlassen hat. Naja, da stand auch gerade wieder beigetreten. Ja, ist wieder dabei. Nice. Ja, okay, ohne die Heilung von dem, von dem Lucio eben... Man merkt schon, wie Squishy Waller ist. Ja, klar. Ich bin jetzt aber auch gerade nicht bei dir. Ja gut, aber deine Heilung ist ja jetzt auch nicht so... Wo bist denn du? Ich bin gerade auf dem Zurückport, hab nicht mehr so viel live. Ich geh mal hoch zum Samuro. Weil der nicht aufpasst. Ah, okay, der hat die Zeige aber gemacht. Wie du willst. Das ist vorbei. Der Monke wird noch mehr zurück. Lass uns ein bisschen mehr. Ja, ich seh' sie jetzt halt nicht mehr. Jetzt halt nur noch ein bisschen da unten ist. Ah, wie der mit einem HP wegkommt. Kotz Wirk. Pass auf, ich krieg' ihn vielleicht unten. Ja, wir haben unten. Ich heil' dich hoch? Ja, da ist die Valera. Ja, deswegen. Ja, natürlich kommt er der nächste hinterher. Pass auf, zwei Sekunden. Ja, konnte ich nicht. Nein! Ach komm, die hat fast nichts mehr. Ich hätt' die beide fast noch erwischt, aber ich hab' die Valera zu spät gesehen, die saß irgendwo im Gras. Das war dumm. Aber wie sie beide einfach fast noch gekriegt hab' und sie beide fast nichts mehr live hatten, ey. Sowas pisst mich an. Ja. Ja, du recht. Ich hoffe, der Hanso kriegt Mitte verteidigt. Ich hol' mir oben wieder. Versteh's halt nicht, weißt du, der Falstad ist halt jemand, der überall sein kann auf der Map. Ja. Und kommt halt einfach nicht bei. Weißt du, der Dude kann halt instant einfach sein. Meine Hunt fortsetzt. Na, ich muss gerade dem Dings helfen, dem Affenkönig hier unten. Samuro? Warte, ich komm' jetzt. Ja, komm' jetzt zu dir. Oder? Ich seh' die Valera nicht. Da, da. Alter Schwede! Das war eng. Puh. Uuuuh. Na ja.. wir haben ein Dings gemacht. Ja, hier oben ist noch der.. Hast ne Heilung von mir. ich versuche das hier zu holen aber natürlich ist aber lehrer wieder aber ich kann nichts machen eine halbe sekunde und der falls kommt schon wieder nicht hoch was ist mit dem der ist der dude der auf der ganzen map überall hin kann und er macht halt einfach nicht wenn er hochgeflogen werden dann wäre das alles überhaupt kein problem gewesen halt leider war er hat er schon irgendwann mal seine scheiß flug fähigkeiten benutzt doch hat er sagen aber nicht besonders intelligent jetzt holen sie mitte halt hat sich der hat ist der hand so gerade selbstmord begangen und nein nein das krieg da das krieg da kriegen wir nicht knapp war das dann falls dort weg ab ja ja finde ich auch da vollkommen recht ja auf jeden fall ich nehme copy ich kann ja gerade auch nicht so viel machen gegen die ich habe den turm eingerissen aber mehr ging halt einfach nicht nice erstmal noch das tor ein hier da sieht doch eigentlich ganz okay aus ja auf jeden fall kann lassen mich gerade allein hier oben pushen hat ich helfe dir ein bisschen und dann drachen ritter ignorieren sie halt irgendwie auch wo sind die partner auf jeden fall gerade gekillt ja keine ahnung ich habe geskillt dass wenn ich max hatred habe basis attacken einfach heilen ja natürlich sind sie alle hier ja klar und mein team ist wieder nirgendwo cool super auf dir drauf was machen die denn eigentlich da permanent ja du hast aber schon ziemlich weit reingedäuft ja okay aber trotzdem das war die perfekte gelegenheit zum pushen und sie machen es halt nicht naja okay den das camp zu klauen weiß nicht ob es das jetzt wert war naja die sind fast alle tot ne zwei gegen vier ja ah was mach ich denn falls da hat AI ist der schon wieder gelieft an der gelieft verdammt ja schon länger her auch ich habe sie zu spät gesehen einfach falls das fliegt das war hübsch ja was gehen war bewegen ich glaube ich nehme mal wieder bewegungsgeschwindigkeit ganz es gilt ganz kurz bevor sie getroffen wird auch noch macht sie ihre unstoppbarkeit an ich glaube der schild hat ja gerade ein bisschen das ab den arsch gerettet der was kann ja bitte auch für mir die ganzen clips hier weg zu hauen ich kann so nicht arbeiten ja ist meine einzige heilung nur halt durch halt durch halt durch die kriegt mich nicht so einfach ist es jetzt auch nicht kann die hunden aber nicht holen alleine sobald sie sich zeigen mache ich copy auf dich dann holen wir uns die aber irgendwie da sind sie ich renne in die mitte ich renne in die mitte und was macht falls das denn da jetzt ja der ist k.i. halt ach so naja gut da war mega unnötig was der jetzt gerade gemacht hat ich meine ich will mich nicht beschweren dass mich niemand auffällt aber warum hält mich niemand auf so jetzt sind beide noch gestorben die mich da verfolgt haben jetzt können wir noch mal reingehen ich habe meine quest nicht fertig bekommen ich habe nur 66 helden getroffen schade das war nice aber ich glaube trotzdem dass wir unglaublich gut miteinander harmonieren so von der kombi hat ja läuft ne ich hab schon wieder zwei appos diesmal ist eins von mir hast du es eigentlich aufgenommen ja natürlich